Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute von der Hamburger Alster, beziehungsweise auch über der Hamburger Alster. Wir sind relativ hoch hier am Start und heute reden wir über das Thema Aufgeben. Ein sehr wichtiges Thema, das viele Leute vielleicht ein bisschen vernachlässigen, beziehungsweise einige Leute gar nicht wissen, was man alles damit anstellen kann. Heute mit Sunglasses am Start, weil ich kann mir gar nichts sehen, weil ich habe eine weiße Hauswand vor mir. Und da kommt man dann so, daher machen wir das heute mal mit Sunglasses. Und ja, reden wir mal über das Thema, oh Gott, ist das hier warm, 32 Grad, 30 Grad gerade. Reden wir über das Thema, ja, warum ist eigentlich Aufgeben so wichtig? Hat mehrere Gründe. Das erste ist halt, man sollte eigentlich keine Zeit verlieren, wenn man sein Spiel spielt, weil wir spielen ja unter Timeout-Regelungen. Wir haben 40 Minuten für eine Runde und danach darf man halt noch seine letzte Phase zu einem Spiel und dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, man muss sich seine 40 Minuten, die man das Spiel normalerweise spielt, gut einteilen. Und da ist, ja, das Aufgeben ein wichtiger Teil. Normalerweise will man ja halt nicht aufgeben, weil man möchte halt gewinnen. Aber es gibt halt so einige Situationen, wo man sich vielleicht überlegen sollte, wie man genau aufgibt. Und da möchte ich das ein bisschen beleuchten. Viele Spieler glauben ja quasi, das gute alte Herz der Karten, man zieht noch quasi das Out, das man braucht, um den Gegner zu besiegen. Ähm, ist eigentlich meistens nicht der Fall. Das ist eigentlich nur der Fall dann, wenn man ein Sneak Peek spielt oder mit einem Deck, von dem man überhaupt keine Ahnung hat, kann sowas passieren. Normalerweise, wenn man sein eigenes Deck spielt, sollte man auch wissen, welche entsprechenden Outs man in seinem Deck spielt, dass man das gegnerische Deck ausspielen kann. Deswegen sollte man normalerweise nicht darauf hoffen, dass man seinen Out zieht. Es sei denn, man hat wirklich einen Out. Aber wenn man keins hat, dann sollte man das Spiel nicht weiterspielen, weil damit verschwendet man einfach seine Zeit und spielt dann weiter die nächsten 10, 20 Minuten, um dann nachher trotzdem besiegt zu werden, weil man eigentlich gar nicht den Gegner eigentlich hätte besiegen können, weil man gar nicht die richtigen Outs hat. Dafür muss man natürlich ein bisschen wissen, was das gegnerische Deck macht, damit man weiß, was kann das gegnerische Deck eigentlich machen so. Was kann das aufbauen und was kann das halt hinlegen? Und wie entsprechend kann man das halt bei sich dann counteren, wenn man das halt nicht kann? Dann sollte man eigentlich auch direkt dann sagen, okay, wenn man sieht, man sieht ein Feld, gut, ich habe keine einzige Karte in meinem Deck oder auch keine einzige Kartenkombination, die ich jetzt momentan zusammenziehen könnte innerhalb dieses Zuges oder des nächsten Zuges, dann sollte ich jetzt lieber das Spiel aufgeben, weil damit habe ich dann mehr Zeit in der zweiten oder in der dritten Runde erstmal für Siding zu investieren und auch entsprechend dann in der zweiten und dritten Runde halt entsprechend auch zu agieren, dass ich ihn dann halt auskontern kann. Das ist halt so normalerweise die Standardattitüde. Natürlich gibt es viele Spiele auch, das kennt man vielleicht manchmal von den Locals, wo man das sieht, wo ein Gegner halt einfach anfängt mit seiner Kombo zu spielen, dass der Gegner direkt zusammenpackt und schon direkt in Game 2 geht. Es gibt halt diese Schnellaufgeber, die haben gewürfelt und die haben halt so ein bisschen die Attitüde dann, okay, wenn sie wissen, der Gegner hat halt eine gute Hand, dann geben sie sofort auf, damit die gleich Game 2 direkt reinborden können und direkt da loslegen können, um den Gegner dann in den nächsten zwei Runden halt besser kontrollieren zu können, weil sie halt entsprechend in Game 2 und Game 3 sich besser darauf vorbereiten können als Game 1 und sie halt oft schon aus der Anfangskombination quasi sehen können, dass sie ausgespielt werden. Hat auch einen Vorteil, das kostet halt extrem wenig Zeit, damit kann man sich halt sehr, ja, sehr, sehr gut dann auf die, auf das Siding vorbereiten, vor allem weil man sieht ja, was der Gegner spielt und kann entsprechend halt schon reinborden, ohne dass der Gegner vielleicht sogar gesehen hat, was man selbst spielt, was halt ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, wenn man aufgibt, noch bevor man irgendeine Karte ausgespielt hat, beziehungsweise, wenn man noch nicht mal, keine Ahnung, wenn man nur generische Karten benutzt hat, wie vielleicht irgendwelche Hand Traps, die halt in irgendeinem, ja, beliebigen Decks sein könnten. Das sind halt so coole Sachen, weil dann der Gegner nicht weiß, wenn du dann aufgibst, was du überhaupt reinborden soll. Vor allem, er weiß auch nicht, ob du ein Go Second, Go First Deck bist, er weiß einfach gar nichts und damit kann man halt den Gegner wirklich ein bisschen verwirren, so weiß er dann halt nicht, wer sich darauf vorbereiten soll. Ha, noch ein kleines Addendum, mir ist noch was eingefallen dafür, wenn die Leute zu schnell aufgeben, manchmal ist es gar nicht Not, tut es gar nicht Not, wenn man direkt aufgibt, wenn der Gegner halt sein Powerplay beginnt, weil manchmal hat der Gegner halt irgendwie auch einen Fehler in seinem Powerplay drin, spielt es falsch aus, weil er vielleicht zu wenig gegessen, zu wenig getrunken hat, zu wenig konzentriert ist oder gerade mit seinen Gedanken irgendwo anders ist und gar nicht das komplett perfekt ausspielt. So hat man eigentlich quasi sein gutes Game weggeworfen, ihm quasi den Sieg gegeben, wenn man sofort aufgibt, obwohl man das hätte einfach locker ausspielen können, aber man hat niemals so lange genug gewartet, um einfach mal zu sehen, wie der Gegner das ausspielt. Was natürlich ein Deck ist, was irgendwie Viertelstunde braucht für seine Kombo, gut... Ist schon wirklich ein harte Choice, dann wirklich zu sagen, ich lasse ihn das durchspielen oder nicht, aber wenn es ein guter Spieler ist, kann er es auch ziemlich schnell machen und dann ist auch wahrscheinlich das Feld umso solider. Aber das ist halt auch eine Sache, immer mal auf den Gegner vielleicht ein bisschen vertrauen, vielleicht einen selbstbewussten Blick rüberwerfen, ihn damit ein bisschen einschüchtern, vielleicht macht er da einen Fehler oder vielleicht ist er sogar ein Einsteiger und kennt noch gar nicht die Kombos und dann kann man mit einem sicheren Blick den Gegner ganz gut verunsichern und das ist halt auch eine Variante, dass man vielleicht nicht zu schnell aufgeben sollte. Man muss halt immer gucken, aber es gibt nicht dieses schwarz und weiß, dieses du darfst nie lange spielen, weil du deine Zeit verschwendest. Also wenn du weißt, dass du kein Outer hast, ja, ist es halt auf jeden Fall klar, dann solltest du nicht zu lange spielen, aber es ist halt nicht immer die beste Lösung, auch direkt aufzugeben, weil damit entgehen einem eigentlich einige Informationen. Gut, da habe ich ein bisschen länger gebraucht. Es gibt viele Spieler, die machen auch das folgende, nämlich, wenn der Gegner loslegt, dann schauen sie sich erstmal an, was der Gegner so ausspielt und gucken sich deren First Turn an und eventuell spielen sie noch den ersten Zug pseudomäßig aus, vielleicht gar nicht wirklich ohne ihre Karten auch wirklich zu revealen, was sie haben. Es gibt zwei Varianten, einmal ist es die, die lassen den Gegner den First Turn ausspielen, weil es gibt Formate, zum Beispiel, das hatten wir letztes Jahr mit dem Zodiac-Format, wo halt man eine Engine hat, die quasi eine Ein-Kart-Engine ist, wo man gar nicht weiß, was der Gegner eigentlich drum herum spielt. Bei Zodiac hätte das alles Mögliche sein können, das hätte zum Beispiel Infernoid-Zodiac sein, Zodiac, Zodiac, Kaiju-Zodiac. Es gibt halt unterschiedliche Deck-Varianten und dann, wenn man direkt aufgeht, wenn man nur die Ratte gesehen hat, wäre es halt ziemlich doof gewesen, weil man boardet halt quasi gegen Zodiac, aber vielleicht spielt der Infernoid und hat nur dieses, einfach die Zodiac-Rad-Pier da drin reingeschmissen, einfach um sein Deck noch ein bisschen konstanter zu machen. So seitet man quasi fehl während des Matches. Deswegen haben die Leute gerne dann geguckt, okay, lasse ich nämlich noch den ersten Turn durchspielen. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall verlieren, weil ich gerade keine gute Hand habe oder so, aber ich möchte sehen, was er hat, so kann ich mich besser darauf vorbereiten, wie ich da halt dagegen boarden kann. Das ist halt eine gute Einstellung. Da gibt es halt noch die anderen Spieler, die auch wirklich dann in ihren Turn reingehen und dann halt auch noch gucken, ob sie vielleicht noch mehr rauslesen können. Sagen wir mal, im Zodiac-Format bin ich jetzt irgendwie gerade drin, aber es kann ja nicht mehr im beliebigen Format sein. Es gibt manchmal Decks-Varianten, die halt ein bisschen mehr Trap spielen, ein bisschen weniger Trap spielen. So kann man ein bisschen gucken, wenn man mit seinem Deck in den First Turn reingeht und dann mal den Gegner jetzt tatsächlich zeigen möchte, welches Deck man spielt. Wenn man jetzt diese Information vielleicht ihm doch preisgeben möchte, dann spielt man, versucht man zu spielen, aber möchte dann rausfinden, spielt er tatsächlich richtige Traps, spielt er Hand Traps. So kann man ein bisschen analysieren, was der Gegner schon in seinem Deck spielt und er kann dann immer noch aufgeben, um dann zu sehen, okay, gut, der spielt und das und das, vielleicht kann ich mich dementsprechend halt auch darauf anpassen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man halt so viele Informationen wie möglich vom Gegner gewinnt, mit so wenig, dass man Preis gibt von seiner Seite aus. Das kann manchmal auch halt tatsächlich so sein, dass man dann sagt, okay, gut, ich weiß, ich spiele jetzt hier keine Ahnung True Draco und dann sage ich ihm, dass ich True Draco spiele, aber dafür möchte ich halt auch wissen, welche entsprechende Choices hat er in seinem Main Deck. Vielleicht spielt er ja entsprechende Main Deck-Sachen, die halt mich theoretisch schon erstören würden, weil er die wahrscheinlich gar nicht erst reinbauen würde, sondern die tatsächlich Main spielt. Es ist halt auch so eine kleine Sache, die man abwägen muss und wo man halt gucken muss, wie man damit interagiert. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man nicht zu früh, aber auch nicht zu spät aufgibt. Man muss für sich selbst wirklich seinen Rhythmus finden und auch selbst rausfinden, wann ist wirklich der richtige Zeitpunkt, wann ich das machen möchte. Auch vor allem gegen welches Deck man spielt, weil es gibt Decks, die haben kleine Engines, man sieht dann nur die Engine, man boardet und man boardet dann falsch. Oder man sieht halt wirklich das Ding, dann selbst guckt man sofort und dann halt sieht der Gegner nicht, was man spielt, was halt ein großer Überraschungseffekt ist für den Gegner, weil er dann halt blind quasi die zweite Runde spielt und dann halt meistens überwältigt wird in der zweiten Runde. Und halt die Variante, dass man halt sich teilweise Preis gibt, aber dann dafür halt mehr Informationen, noch mehr Informationen bekommt, noch mehr Details. Das hatte ich zum Beispiel bei mir letztes Jahr, habe ich halt auch die Zodiac-Kombo zuerst gespielt. Der Gegner hat TrueDrago gespielt, ich habe ihm die Zodiac-Kombo first dann hingelegt, dann habe ich ihm das, habe ich in sein komplettes TrueDrago-Plays aufgehalten mit Handtraps. Dann hat er trotzdem noch an mich zurückgegeben, dann habe ich ihm quasi revealed, weil ich 60 Karten gespielt habe, er wollte wissen, ob ich Infernoid spiele. Habe ich nicht gespielt, ich habe mit Palios gespielt und dann habe ich halt ihm Totally Awesome und so alles hingelegt. Und so hat er halt noch diese extra Informationen bekommen, was halt auch sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man halt einfach mal ein, zwei Züge dann nochmal abwartet, aber niemals wirklich, wenn ihr euer Deck kennt, dass ihr dann wirklich die 20, 30 Minuten da spielt und dann nachher ins Timeout kommt, weil damit entstehen meistens entweder die Niederlage, dass die erste Runde einfach 40 Minuten geht und man verliert einfach das ganze Match, dann hat man selbst nichts davon wirklich, weil man halt nicht viel interagiert hat, man war die ganze Zeit quasi mit dem Rücken an die Wand und hat nicht viel mit dem Gegner interagiert oder davon kommen halt auch sehr gerne viele Unentschieden, weil man dann nachher dann halt meistens auch noch im Game 2 kommt und gerade noch das Unentschieden rausspielt oder das Game 3 einfach so kurz ist, dass man da nicht mehr viel machen kann und dann mal automatisch Unentschieden spielt. Das ist halt natürlich auch etwas, was man nicht haben möchte normalerweise. Das sind so halt meine Erfahrungen, die ich habe für Siding. Ich merke das immer jedes Mal, wenn ich spiele, dass jeder Gegner das auch unterschiedlich macht. Vielleicht habt ihr da ja auch ein paar Ideen, vielleicht habt ihr da auch noch ein paar andere Ansätze beziehungsweise Theorien, warum einige Spieler das so und so machen. Ich kann euch halt hier nur von meiner Seite aus so meine Erfahrungen geben und wie ich das mache. Ich mache das halt meistens auch wirklich so situationsbedingt, je nachdem, wie ich den Gegner einschätze, wie ich das Deck einschätze und wie ich halt auch mein eigenes Deck einschätze, gehe ich dann halt manchmal die auch etwas längere Route, die kürzere Route oder halt ziehe auch mal durch, wenn ich weiß, wenn ich das Spiel gewinnen kann und ich weiß, wie ich das gegnerische Deck outen kann, weil wenn ich den Gegner nicht weiß, was ich spiele, dann spiele ich auch gerne mal dann wirklich 20, 30 Minuten durch, wenn ich weiß, dass ich in Theorie den Gegner platt machen kann. Das ist so ein bisschen das, was ich hier von meiner Seite aus reinwerfen kann. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen und ja, wir werden öfters mal auch mal hier von der Eis nochmal vielleicht ein Video machen. Das ist ein schöner Ausblick und ja, schreibt mir gerne ein paar Themen rein unten in die Comments, die ich auch mal hier besprechen kann. Das war so eine spontane Idee. Ja, das Aufgeben eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Part von Yu-Gi ist und das man die mal besprechen kann und ja, vielleicht habt ihr auch mal eine spontane Idee, über die ich quatschen kann. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen was, was ich, ja, ein bisschen mit euch sharen kann. Das war es dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.